hallo und ein moin moin zurück zu unserem kolonia projekt sag ich mal ja so ja ich habe ich habe feld 76 gefunden indem ich mal die karte so gemacht habe da drüben ist es ich wollte den auftrag abbrechen und machen wir den jetzt dann doch weiß ich was die hier vorhaben aber echt jetzt hat er so eine große kollision in jetzt er die die k ist nicht die intelligenteste hier im ls machen wir das feld 76 auch noch gleich ich hoffe dass ich hier rumkommen ja noch beschissen hätte man hat gar nicht machen können aber ich glaube ich werde ich weiß gar nicht wo du eigentlich so aus zeiten das stroh eingesammelt war das auch das wurde auch gedreht glaube ich ne oder wurde es auf den haufen gestellt so wie das hier wo muss ich jetzt lang muss ich hier durch ich fahre mal hier durch naja da hätten ich glaube das wurde auch schon gedreht in den strohballen aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr das ist dann jetzt doch ein bisschen zu lange her fällt sie genauso aus wie das andere eben mit dem ecke dann welcher kriegen wir mit dem kasten hier wirklich fast die ganze map geklärt hier 76 auch fertig so ich weiß gar nicht wie oft wird wie oft wird das eigentlich aktualisiert hier jetzt haben wir hier nochmal dünnen da nochmal dünnen oder wird das immer automatisch aktualisiert ich weiß das gar nicht ach wisst ihr was wir machen am besten leichter düngen hinterher hier feld 73 da waren wir doch gerade hier wieder haben wir zu feld 73 von da kommen wir ja gerade wohl feld 8 ist doch hier auch in der nähe 1 2 3 da hätten auch die acht machen können können wir gerade auch ja wir können hier gerade aus durchfahren da steht hier unsere dröscher ja nee also das mit dem bmw zeichen das lässt mir noch keine ruhe ja hallo wirben hier den staub aufwirbelt und ja was sind das jetzt hier welchobsfeld war das jetzt doch wieder ich bin echt so vergesslich 73 willkommen ja gar nicht lang ok wir schleichen manchmal ganz vorsichtig hier unten rasen Aber eigentlich wenn wir schon mal da sind, ne? Ui! Wenn wir schon mal da sind. Ich glaube, ich werde mein Feld auch mal gleich düngen. Dann haben wir mindestens einen etwas höheren Ertrag. Und ein bisschen mehr Pinke Pinke in der Täsch. Ja, warten. Dann können wir ja gleich rüber heizen. Hier auf Feld 73. Und da siehst du. Dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wie gesagt. Ach, das mit diesem Geschwindigkeits-Mod. Das mache ich nur. Ich meine gut, so groß sind die Felder jetzt eigentlich nicht. Ist aber, damit ich in einer Folge ein bisschen mehr zeigen kann, als nur das eine Feld jetzt hier zu machen. So, auch fertig. Meine Güte. Schnell verdientes Geld. Was haben wir denn noch hier? Oder machen wir das Kartoffelfeld? 45. Wie groß ist denn das Kartoffelfeld? 45. 47, 48, 45. Was sind 3000? Ich glaube, ich werde mal mit diesem Trecker auf den Hof fahren hier. Ich glaube, ich werde das machen. Weil wir brauchen das Geld. Ich war jung. Ich brauchte das Geld. So, den stelle ich erst mal hier hin. Die Mitte lassen wir erst mal. Und das machen wir ausnahmsweise mit. Wir haben ja kein Kartoffelkack. Wie geht's denn eigentlich? Das Ding sammelt auf, ne? Ah ja. Na gut. Ich mache... Ach nee, das ist ja hier mit so einem Trecker. Na, ist egal. Komm. Müssen wir machen. Geht nie an es. Oh, ich glaube, das stammt alles beim Shop jetzt, ne? Boah. Ach, mit auf. Ach nee. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Ach, kacke. Da wollte ich doch unseren Trecker nehmen. Ich würde sagen, die lasse ich hier stehen. Ich nehme hier schön unseren. Auch wenn wir damit vielleicht öfter fahren müssen. Das ist egal. Ich würde sagen, den stelle ich erst mal hier hin. Achso. Ah, ich vergesse immer, erst das einzuschalten. Oh, so ein schöner alter Betonmischer. Ich glaube, ich hätte erst mal das andere Ding anhängen sollen. Nein, andersrum. Wir fahren doch mal vorwärts, Typ. Was ist denn hier mit der Tastatur los? Oh, da kommt das Ding auf der einen Seite ran. Muss ich das Ding von der anderen Seite nehmen. Ja gut, von der Rede her wäre es ja logisch, ne? Oh Gott, stelle ich mir an. Ja, weil ich, ich habe, ups, Entschuldigung. Ich habe diesen, ähm, dieses Teil noch nie gehabt. Weil ich immer diesen großen, äh, diesen großen Kartoffelernte hatte. Der macht das ja alles automatisch mit. Einen Wendekreis hat der ja, das ist ja Wahnsinn. Ah ja. Gut, alles klar. Das war jetzt wirklich peinlich, aber ist egal. Wie gesagt, ich hatte dieses, diese Art von Kartoffel, denke ich noch nicht. Oh, ausnahmsweise ein bisschen schräger anhängen. So. Ab zum Feld. 45. Das war hier oben irgendwo, ne? 45. Wenn wir jetzt hier rausfahren. Genau, dann gleich. Genau, hochfahren. Gut. Aber, dass wir diese moderne Grimmel-Dings haben, ne? Das passt mir jetzt gar nicht. Oder, naja. Was soll's? Wir brauchen das Geld. Da werde ich mich aber auch nochmal umgucken, ob wir da vielleicht sogar auch noch einen schönen, äh, huch, jojojojojojojo, so ein Ostalgie-Pack kriegen hier für Kartoffel. Das war eindeutig kurzfristig und so, vorwärts genommen. Mann, 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 ey. Mit solchen großen Landmaschinen hier. Äh, so. Oh, 45. Ach, Datei hier ist das. Mhm. So, dann würde ich sagen, erstmal aufklappen, Datei. Klappe, sonst geht man auf die Schnauze da hinten. Was macht der denn jetzt für den Quatsch? Nein, hallo. Nochmal. Erstmal aufklappen. War das denn alles jetzt hier? Nein, war es nicht. Ja, ja, du mir auch. Ähm. Ah, der fängt jetzt an zu arbeiten. Muss ich den hier hinten noch anschmeißen, irgendwie. Und gesenkt habe ich ihn. Ich hoffe, dass er jetzt arbeitet. Nein, andersrum. Mensch, halt die Klappe. Okay, ich werde jetzt mal das lange Ende nehmen hier. Mensch, halt die Klappe. Mensch, halt die Klappe. Oh, hänge ich jetzt hier fest schon wieder? Ach, verdammte Sch... Oh, nee, ne? Was habe ich denn jetzt mobbt? Komm, zieh, 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 zieh. Da hänge ich mit der Lampe fest, ne? Weil mit dem, mit dem, mit dem Arm da, oder? Nee. Och, man. Mann. Ich halte die Schnauze, ey, ey. Jetzt wäre ich halt furchtig hier, du. Mal lass aufstehen, der Ding, Scheiß. Gut, mach ich erst mal das hier. Dann ist das Ding nicht ganz so lang. Ach, Mensch, das ist ja jetzt wieder eine Runde peinlich hier. Okay, also für diese Art von Feldern, äh... Äh... Naja, dieses Riesending ist für diese kleinen Felderchen wohl doch nicht so gut geeignet. Ja. Okay, das scheint wohl wirklich an den Mods zu liegen, weil... Hier funktioniert alles. Jupp. Naja, zum Glück ist das Feld nicht ganz so groß. Und da würde ich sagen, versuchen wir mal den Anhänger jetzt gleich ein bisschen wegzuschieben. Oha, was leckt denn, was ich heute so hier, Mensch? Ah, schon richtiger Stauder. Dreh das Ding bloß, ne? Okay, ich probiere es mal. Ob ich ihn jetzt wegkriege, endlich? Oh ja, ein bisschen Stau ist da schon. Egal, wir machen es in zwei Arbeitsschritten. Entschuldigung. Natürlich habe ich den ausgeschnitten, das gehuste. Mein Gott, das ist ja eine Arbeitsbreite. Aber ich glaube, mit dem großen Ding ist es glaube ich auch keine größere Arbeitsbreite, ne? Ne, glaube ich, oder? Auf jeden Fall müssen wir mal hoffen, dass diese etwas größeren Felder irgendwann auch mal mit Düngen kommen. Weil, ne? Wir müssen hier unsere 1900 Euro erstmal reinkriegen von dem Dünger. Dann haben wir uns den Trecker geliehen und das Dünger, den geliehen. Naja. Das Geld werden wir schon wieder reinkriegen. Wäre ja gelacht. Also bis jetzt so, ne? Der Kontostand, wenn man überlegt, bei 50.000 haben wir angefangen. Jetzt sind wir gerade mal bei 43.000, also eigentlich. Naja. Na gut, wir haben uns auch noch den einen Trecker gekauft. Den Metrisch haben wir uns gekauft. Naja, jetzt wird erstmal weiter nichts mehr gekauft. Jetzt wird nur noch... Oder ich entschließe mich jetzt für das restliche Geld, mir noch ein Feld zuzulegen. Aber dann brauchen wir auch noch eine Düngermaschine. Quatsch, ne, 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 eine Saatmaschine brauchen wir ja auch noch. Nein, andersrum. Genau, ne Saatmaschine brauchen wir ja noch. Ich hoffe, dass ich hier alles richtig mache mit dem Kartoffelfeld. Weil, wie gesagt, mit diesen Mods, äh, mit diesen Werkzeugen habe ich noch nie gearbeitet. Das war mir immer zu viel Arbeit. Erst das Unkraut entfernen und dann Kartoffeln aus der Erde zu holen. Das habe ich immer mit der großen Maschine gemacht. Nein, ich habe gedacht, wir kriegen das noch fertig hier in dieser Aufnahme, aber naja. Hatte ich nicht. Ach nee, das war ja geliehen. Ach, deswegen arbeiten wir ja gar nicht schneller. Sonst hätte ich ja jetzt bestimmt mit knapp 20 oder so hätte ich jetzt das Feld machen können. Stimmt, das ist ja, das sind ja die geliehenen Dinge. Obwohl, ich hätte mit dem Ding, ähm, auf die Reparaturbank fahren können, glaube ich. Oder? Reparaturbank, sag ich schon, in die Werkstatt fahren können. Weil da kann man das nochmal nachträglich, äh, konfigurieren. Ja, ich würde sagen, Bad Unkraut machen wir jetzt noch fix fertig hier in der Folge. Und in der nächsten Aufgabe, naja, in der nächsten Aufgabe, in der nächsten Aufnahme machen wir dann, holen wir die Kartoffeln raus. Da bin ich ja mal gespannt, wie viel Geld wir denn kriegen. Also ja, die 3000 ja sowieso, aber da wir ja immer mehr Kartoffeln und mehr ernten, als wir abgeben müssen. Hm. Ich glaube, Kartoffeln waren gar nicht so viel von Geld, ne? Und wir müssen wieder da unten hinfahren, sehe ich gerade, auf der Karte, wo es blinkt. Ach, ne, das sieht so geil aus, diese Karte. Außer wir jetzt natürlich hier mit dem Fendt arbeiten, dort stört mich jetzt noch ein bisschen, aber naja. Ich glaube, das müsste, ich glaube, das ist unser erstes Hauptaugenmerk, was wir uns merken müssen. Vielleicht doch keine Felder. Äh, noch ein bisschen. Sollten wir dann erstmal alle Landmaschinen kaufen, mieten, ja mieten, na gut, wenn er die auch mieten können, was aus dem Osten kommt. Na gut, jetzt der Trecker sieht auch ein bisschen älter aus. Ist ja nun nicht ganz so ein moderner, schätze ich mal, ne, oder? Na, weiß ich jetzt nicht. Obwohl, das ist ja von LS, glaube ich, ne? Ich glaube, dann ist das doch nicht so ein alter. Mit Landmaschinen kenne ich mich nun nicht ganz so aus. Na ja, dann haben wir ja heutige einiges geschafft, ne? Drei Felder gedüngt, unser eigenes Feld gedüngt und einmal das Kraut von den Kartoffeln entfernt. Und ein Stauferhuser. So, ich hoffe, dass diesmal bei der Aufnahme alles in Ordnung ist mit den Geräuschen hier von der Tastatur und überhaupt von meinem Mikrofonarm hier. Man muss wirklich aufpassen, ob man hier auf den Tisch kloppt oder nicht. Alles geht ins Mikrofon, das finde ich. Ich glaube, da werde ich mir nochmal irgendwas bauen hier, wenn mir das Mikrofon nicht am Tisch festgemacht wird. Und das stört mich, diese Geräusche. Na siehst du, noch zwei, drei Mal hin und her. Dann ist alles weg. Kaffee schon wieder alle. Und eine Kaffeemaschine hier hinstellen. Naja, und wenn wir dann hier noch so einige Felder mal gekauft haben, können wir hier dann doch ein bisschen zusammenlegen, weil das Felder sind doch ein bisschen sehr klein hier, das hier nehmen. Das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. Aber wenn wir die drei Felder hier meinetwegen zusammenlegen, in der Mitte den Busch können wir lassen. Aber mal sehen, das machen wir dann irgendwann. So, wir sind wir bei 22 Minuten. Man sieht es ja, dann schaffen wir das ja so 25 Minuten vielleicht. Dann haben wir eine 25 Minuten Folge draus. Dann haben wir das trockene Gemüse hier abgerissen. Wie gesagt, wenn ihr noch schöne Mods kennt hier. Aber wie gesagt, ich will mir jetzt hier nicht zu bombardieren mit irgendwelchen Fahrzeugen. Aber falls ihr sagt, hier Mensch, der Träger oder das Ding ist vielleicht viel schöner oder so. Wie gesagt, so um die 80er rum. Bis maximal 1990, so was die Karte ist. Also was moderneres möchte ich eigentlich nicht unbedingt haben. Kartoffelernt, der brauche ich. Dünger, naja, Dünger habe ich ja jetzt dieses Teil da. Obwohl es auch ziemlich modern aussieht, aber ist egal. Es muss ein kleines Teil. Und ich könnte ja auch noch den von L-Ding, dem Aufbau von L-60 nehmen. So, fertig. Dann würde ich sagen, stelle ich das Ding mal hier an die Seite. Oder stelle ich das hier drüben hin. Hier stürzt es keinen. Das hat den Kurs angeklemmt. Na, sag ich doch, sind wir genau bei 25 Minuten. Nein, runter. Ah, und er, nein. Na, siehste, klappt doch. Ich sehe gar nicht, wo er arbeitet. Ach da. Ach, scheiße. Da muss ich ja noch ziemlich weit erst nochmal links rüber fahren. Oder andersrum vielleicht. Oha, jetzt geht es ein bisschen berghoch. Jetzt quillt er sich wahrscheinlich wie die Pest. Ah, 10 kmh. Das ist doch völlig in Ordnung. Ohne, ich würde sagen, ich bleibe hier einfach stehen. Moder mache ich aus. Danke fürs Zuschauen. Das Feld machen wir in der nächsten Aufnahme fertig. Oder vielleicht mache ich auch halb offline, halb online. Wir müssen mal sehen, weil sonst brauchen wir für das Feld wieder eine ganze Aufnahme. Schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen übermorgen wieder zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss.